Musik Hallo, mein Name ist Sebastian Gottwald. Ich bin technischer Leiter der ASEL GmbH aus Österreich. Heute möchte ich Ihnen eine Weltneuheit vorstellen, die SSP-Anlage. SSP steht für Scannen, Schleifen und Polieren. Mit dieser Anlage können Sie lackierte Oberflächen automatisiert abscannen, auf Fehler untersuchen, danach schleifen und polieren. Wir scannen mit dem Kopf von ISRA, einem Scan-Gerät mit zwei Kameras. Diese Scaneinheit fährt vollautomatisch über das Bauteil und erkennt auf dem Bauteil einliegende Fehler wie Staubeinschlüsse, Krater, Fasern, Räufer und so weiter. Diese können Sie sich danach in einer modernen GUI anzeigen lassen und können so bereits im Vorfeld mögliche Fehler in der Lackierarbeit oder in der Lackierstraße erkennen. Wir gehen einen Schritt weiter und arbeiten die Fehler automatisiert ab. Das heißt, wir schleifen und polieren die Fehler mittels dem Doppelkopf von Fair Robotics automatisiert. Er ist leicht, kompakt und kann damit schnell und prozesssicher, redundant die Fehler schleifen und polieren. Der Kopf ist dazu mit einer Kraftmessdose ausgestattet, die uns erlaubt, äußerst präzise, sogar auf lackierten Kunststoffteilen zu schleifen und zu polieren. Doppelkopf Doppelkopf Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Langlebig und leicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020